Manche meiner Studierenden waren fachlich richtig, richtig gut. Die haben schon eine fundierte Ausbildung, vielleicht als Naturwissenschaftler, Mediziner oder Jurist und haben dann auch einen MBA, einen Master in einem betriebswirtschaftlichen Fach oder in Wirtschaftspsychologie bei mir gemacht. Andere Studierende haben nur einen mäßigen Bachelor abgeschlossen. Einige Studierende treffe ich nach einigen Jahren auf Xing oder LinkedIn oder wo auch immer wieder. Und nein, nicht immer machen die fachlich hervorragend ausgebildeten Menschen die große Karriere. Und nicht immer bleiben die Studierenden, die gerade mal einen mäßigen Bachelor abgeschlossen haben, auf der Sachbearbeiter-Ebene. Was passiert da? Das habe offensichtlich nicht nur ich mich gefragt. Das Handelsblatt hat einen Artikel dazu veröffentlicht, diese fünf Eigenschaften zeigen Chefpotenzial. In diesem Video stelle ich die fünf Eigenschaften vor und gebe aus meiner Perspektive als langjähriger Personalprofessor meine Kommentare dazu. Vorab, selbstverständlich muss eine Führungskraft eine Idee haben, was in ihrem Bereich eigentlich passiert. Das nötige Minimum an Fachwissen setze ich also voraus. Nun aber zu den Chefeigenschaften. Erstens, Empathie wird zum Schlüssel für den Erfolg. Im Artikel wird Empathie zusammengebracht mit der Fähigkeit, unterschiedliche Interessen von Investoren, Mitarbeitern, Öffentlichkeit und Politik in Einklang zu bringen und mit emotionaler Intelligenz. Ebenfalls zu diesem Punkt gehört, dass der Chef an der Rezeption grüßt, also eine gute Kinderstube. Also ein breites Spektrum. Chefs haben mit unterschiedlichen Menschen und Interessen zu tun und müssen darauf eingehen. Das umfasst rationales Suchen nach Interessenübereinstimmungen und Kompromissen, aber auch die emotionale Komponente. Leichter als eine abstrakte Definition fällt es, Beispiele zu finden, in denen diese Eigenschaft zu wenig ausgeprägt war. Zweitens, gut moderiert gewinnt Akzeptanz. Hier gibt es eine Überschneidung mit der ersten Eigenschaft. Wer nur mit Positionsmacht führt, also Anweisungen gibt, weil er Chef ist und deswegen Anweisungen geben kann. Wer nur mit Positionsmacht führt, wird wenig umgesetzt bekommen. Mitarbeiter müssen überzeugt werden, dann arbeiten sie mit. Chefs, denen das nicht gelingt, bekommen es mit zähem, verdecktem Widerstand zu tun oder die guten Mitarbeiter wechseln gleich zur Konkurrenz. Drittens, Headhunter suchen nach Resilienz. Gemeint sind hier zwei Arten von Resilienz. Zum einen die persönliche Resilienz, also in turbulenten Zeiten arbeitsfähig zu bleiben, stressgesund zu verarbeiten, mit persönlich schwierigen Situationen umzugehen. Zum anderen die unternehmerische Resilienz, also ein Unternehmen so aufzustellen, dass es auch in schwieriger Umgebung noch gut funktioniert. Die Königsklasse ist es, von Krisen zu profitieren, also in schwieriger Umgebung erfolgreich zu wirtschaften. Viertens, Spitzenkräfte müssen Team und Talente fördern. Der Chef als einsamer Held, der ganz alleine großartige Leistungen vollbringt, das ist ein Bild der Vergangenheit, das wird heute kaum noch funktionieren. In Zeiten von Fachkräftemangel ist eine Förderung von Talenten eine Pflichtaufgabe. Wenn sich ein Mitarbeiter in eine Richtung weiterentwickeln kann und weiterentwickeln will und diese Richtung dem Arbeitgeber nützt, dann ist der Mitarbeiter zu unterstützen. Der hier angesprochene Artikel wünscht auch, Zitat, am besten schon eine potenzielle Nachfolge aufbauen. Zitat Ende. Da bin ich mir nicht ganz so sicher. Offensichtlich ist, dass ein Chef leichter gefeuert werden kann, wenn schon ein guter Nachfolger im Haus ist. Nicht ganz so offensichtlich, aber auch problematisch ist, wenn ein potenzieller Nachfolger nun einmal nicht aufsteigen kann, weil eben der Chef noch da ist. Ein halbwegs ehrgeiziger Nachfolger wird dann einen anderen Weg suchen, in einem anderen Unternehmensteil oder in einem anderen Unternehmen. Einerlei. So verliert der Chef einen guten Mitarbeiter. Fünftens. Interesse an Technologie wird immer wichtiger. Das ist ein bisschen tricky. Selbstverständlich soll eine ranghohe Führungskraft nicht selbst programmieren, nicht selbst Systeme einführen oder, als aktuelles Beispiel, nicht selbst Chat-GPT bedienen. Andererseits bekommt man ein wirkliches Gespür für die Chancen und Grenzen neuer Technologie eigentlich nur, wenn man selbst Erfahrungen sammelt. Fazit. Ja, Fachwissen ist wichtig, aber Fachwissen alleine führt nicht zum Chefsessel. Eine alte Personalerweisheit sagt, dass man Einstellung, Mindset, Charakter einstellen soll. Fachwissen lässt sich lernen. Aktuell bestätigt sich diese Weisheit wieder. Aber dies war natürlich nur ein erster grober Einblick. Was konkret Unternehmen tun sollen, die überleben wollen, wie sich Unternehmen innovativ aufstellen können, das hat die Berliner Unternehmensberatung Dark Horse beschrieben. Zu deren Buch habe ich ein eigenes Video erstellt und freue mich, Sie dort wiederzusehen. Bis dahin. Untertitelung des ZDF für funk, 2020